Was geht ab, Jungs? Ich hab wieder ein paar Zuschau-Pakete geschickt bekommen und die machen wir jetzt auf. Und eeeerla. Wollen wir mit dem Brief anfangen? Steht nix drauf, außer meine Adresse. Also, die Postfachadresse, nicht meine. Ich mach auf. Briefbombe. Okay, ist keine Briefbombe. Ich hab einen Brief aufbekommen. Ich bin sehr stolz auf mich. Hey, na, bro. Warum macht ihr immer Bilder? Und schreibt dann da drunter einen Text? Hallo, Hugo, vielen Dank für deinen täglichen Content. Ich weiß, das Fernand ist nicht das Schönste, aber ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Viele Grüße. Briefbombe nur im Stream zeigen, nicht im YouTube-Video. Ich werd's trotzdem im YouTube-Video zeigen. Eins nur, mein Freund. Oh, ach, Digga. Hier ist das Fernand erstmal. Dippo happy. Dankeschön. Wie gesagt, ich häng das irgendwann noch dann auf. Auch beim letzten Mal. Ich hab's noch nicht aufgegangen. Das kommt noch, okay? Digga, doch, okay. Das ist hier in Gold. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu den Paketen. Das ist eh besser. Spaß, Spaß. No joke, das Briefe sind auch übergeil, Jungs. Ihr könnt mir gerne auch Briefe schicken. Ich würd sagen, wir fangen mit dem kleinsten an. Und ein Amazon-Paket. Ich bin gespannt. Es ist sehr flach. Digga, willst du mich verarschen, Bruder? Was ist das für eine Scheiße? Minecraft? Einfach gut erklärt. Bruder, ich hab ne TikTok-Zeitspanne. Ich kann das nicht durchlesen. Das ist zu viel Text für mich. No joke. Ich kann mir das nicht durchlesen. Die machen ein Tutorial in dem Buch, wie man Minecraft installiert. Wollen die mich flachsen, Digga? Minecraft kostet Geld. Besprich mit deinen Eltern, ob du's kaufen darfst. Bevor du spielen kannst, musst du beim Minecraft-Anbieter ein Konto erstellen. Digga, ich wollte mich verarschen. So, aber hier ist noch ein Brief von Jaron im Chat. Ja, sie, you. Hey, Hugo, ich hoffe, du bist pipo-happy über das Fan-Paket. Vielleicht lernst du aus dem Buch noch was. Liebe dich und deine Daily-Streams. Viel Spaß bei den anderen Paketen. Kuss von Jaron im Chat. Ja, so. Dankeschön. Ich werd's nie wieder öffnen. Aber danke. Es hat 2 Euro gekostet. Warum steht das noch drauf? Ah, ich hab Aua. Elektroschock. Das Paket hier. Auf einer Seite wiegt das sehr viel. Ich hab Angst. Das Sassi-Paket öffnen wir zum Schluss. Ich hab Angst, was da drin ist. Dann machen wir jetzt ein Amazon-Paket auf. Was aber kein Amazon-Paket ist, sondern er hat es recycelt. Für sein Paket. Giga-Chat. Oh mein Gott, Digga. Bruder, wenn ich das aufmache, sehe ich sehr viele Dog-Jab-Emotes. Digga, what the fuck, Bruder. Einzige Frames von Dog-Jab, Digga. Bruder, das riecht sehr sassy, Digga. Hallo Hugo, ich wollte mich bedanken für deine Streams in den letzten Monaten. Als Dankeschön habe ich ein Paket mit Müll aus meinem Zimmer gepackt. People Happy. Und ich habe deinen Lula-Kevin echt aus Pappe gemacht. Ich bin RioKun021 im Chat. Kajudi Hurensohn. Zen Hurensohn. Dog-Jab-Andi macht. Ich bin... Oh! Ich hab's zerrissen. Ey, ich schwöre mir, da war schon ein Loch drin. No Joke. Digga, er hat mir legit seinen Müll geschickt. Ich kann nicht mehr. Eine leere Vita-Vape-Dose. Dankeschön. Ein leeres Gemälde. Dankeschön. Oh! People Happy. Ein Ocelot. Oh, der riecht nach dir, Bruder. Oh, ich muss kotzen, Digga. Spaß, Spaß. Oh mein... Hell nah, Bro. Ich hab ne Chaos-Flow-Unterschrift, Junge. Digga, warum verschenkst du die? Als wäre das nix wert, Junge. Der arme, Digga. Hä? Ne Dose? Wo steht's? Ich hab Schmerzen. Danke, Bruder. Digga, was ist das für überhaupt für ne Dose? Digga. Smash or Pass? Boah, die sieht aber echt schon geil aus. Wie alt ist Misty nochmal? Ja, auf jeden Fall Smash. Ist mir egal, wie alt die ist, weil das ist eh egal. Oh, hell nah, Bro. Jungs, ich hab gesagt, sowas nicht schicken, Digga. Ne Zitrone. Ich leg den Müll. Ich hab gesagt, keine Lebensmittel, die ablaufen können. Beziehungsweise die schnell ablaufen. Was? Zum Heiligen. Bim-Bam, Digga. Hell nah, Bro. Oh, Digga, ist das ein Bro Stars Kalender von LukasBS Slash Games. Bruder, du verschenkst Autogramme. Warum? Digga, er hat mir das jetzt geschenkt und die Chaos-Flow-Autogrammkarte. Warum, Bruder? Die armen, Digga. Eine kaputte Pokémon-Karte. Zwei kaputte. Dankeschön. Oh, ein Creeper. People happy. Digga, hast du die extra mit Parfüm eingesprayt, weil du dich schämst für dein Geruch oder so? Was ist das? Oh, das ist ein Stein. Cool. Dankeschön. Dann haben wir einen Zirkel. Eine Mappe, wo Penis draufsteht. Die ist leer. Let's go, Digga. Ist das ein Manga? Digga, sogar auf Deutsch. Das ist mein erster Manga auf Deutsch, Digga. Ich hab keine Ahnung von was. Ich werde es mir irgendwann durchlesen. Das ist geil, Digga. Dankeschön. Oh mein Gott, Digga. Regenbogenfisch. Komm, hilf mir. Danke, Bruder. Was ist das hier? Yeah. Es ist ein Statement. Was ist das? Yeah. Gegen Kriminalpolizei oder sowas. Digga. Er schickt mir. Waitano. Waitano. Digga, was ist das, Bruder? Achso, das ist eine Kastanie. Das ist ein Kastanie. Warum sieht die so aus? Oh meinst. Das ist das Cape. Mein Cape, was bis heute immer noch nicht draußen ist. Danke, Bruder. Knallerbsen. Oh mein Gott. Ich durfte sowas nie haben. Oh mein Gott, Digga. Alter, Junge, sind die lautst. What the fuck, Digga? Alter, ich hab so ein Herzbefuck, Digga. Oh mein Gott, Digga. Die behalte ich für Content oder so. Den schmeiß ich dir irgendwie in meinen Bauch rein oder so. Die behalte ich. Die stell ich auf Regal. Digga. Da reißt eine Onyx-Holo-Karte. Weird jump. Danke für die Geschenke. Ja, hier kann ich... Digga, warte mal. Ich hab eine Idee. Pass auf. Geil, oder? Das kommt auf mein Regal. Nächstes Paket. Das hier. Das ist okay schwer. Ich bin gespannt. Warum ist das nass? Junge. Wow. Wow. Warum rieche ich dran? Digga. Fortnite-Karte. Noch eine Fortnite-Karte. Noch eine. Danke, Bruder. Hier ist ein Zettel. Oh, Zettel, Zettel, Zettel. Oh, Pipo Happy. Das sieht sehr schön aus. Steht aber was drauf. Recht haben, bereit, right. Du Hohrensohn, Digga. Junge, der schickt mir seine Englisch, Digga. Ich dachte, der steht was drauf für mich. Fabienne. Ich heiß dich so. Was steht da? FC Schalke 04, Digga. Hey, ma, Bro. Eine Brille. Digga, warum ist davon alles so feucht? Die ist neu, aber. Okay, wir können weitermachen. Eine FFP2-Maske. Danke, das sind 4 Euro. Digga, der hat mir seine scheiß Wichse geschickt oder so. Bruder, was ist das? Da steht gar nichts drauf. Das ist einfach nur zugeklebt und irgendwas ist da drin. Bruder, bei dem Geschenk habe ich sehr Angst. Hier ist einfach... Wie sieht das? Oh, Herr, na, Bro. Der hat mir seine Unterhose geschickt. Bro. Boah, mir wird ein bisschen schlecht gerade. Dankeschön. Geld. Geld. Junge, wie viel? Guck mal, Digga. Dankeschön. Das war halt nicht. So, weiter geht's. Eine Bombe. Okay. Fernbedienung für Bombe. Shampoo-Anti-Schuppen. Pokémon-McDonalds-Karten. Okay, danke. Oh, ein Manga. Ich kriege gar Kotzreiz, ne? Bro, da sind Krümel rausgefallen. Was ist das für einer? Warum sind da Krümel drin, Bro? Aber danke. Manga ist immer... Danke für Manga. Ich weiß nicht, wer das war. Auf den Fortnite-Karten steht nichts drauf. Nichts. Und was das hier ist, weiß ich auch nicht, Digga. Das ist verfickt, aber Wichse. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Digga. Ich lege das alles wieder zurück. Warum ist das feucht? Nächstes Paket. Das ist ein leichtes Paket. Hört sich auch wieder an wie Müll. Oh, ein Brief, ein Brief, Jungs. Ein Brief. Fachraumordnung. Schulküche. In der... Pimpus-Swing. Guten Tag, guten Tag. Erstmal hast du den Joke verstanden beim Blatt mit O und den Das-K. Okay, lol, S. Ich habe dir was von Arbeits... ...Agentur etwas geschickt, weil du ganz dringend einen Job brauchst. In dem Paket ist noch Müll drinne und etwas Besonderes. Entschuldigung für meine Schrift- und Rechtschreibung. Achte nicht so auf... Ich weiß nicht, was da steht, Bruder. Was steht da? Nommal? Im Chat heiße ich Jesus-Fan. Okay. Du dummer. What's on? Plan Wild Beruf.de. Meine Zukunft, meine Ausbildung. Digga, willst du mich verarschen? Berufswahl. Mein Weg. Digga, heizt den Maul. Ich werde mir das alles nicht durchlesen. Oha, Digga. Guck mal. Tü, Junge. Da bin ich in einem Boot. Pandas. Wolken. Frosch. Alter. Geil. Danke, Bruder. Ist da ein Air-Tag drin? Das geht. Ich weiß, egal. Was ist noch drin? Du, FC Bayern. Erfolgsfan. Erfolgsfan. Was ist das? Ist das ein Geodreit? Keine Ahnung. Und ein Ast. Mit einem Papagei drauf. Dankeschön. Das war's. Dankeschön, Jesus-Fan. Wir machen das 5-Kilo-Paket jetzt auf. Das ist nur auf einer Seite schwer. Ich weiß nicht, warum. Ein Brief ist schon mal drin. An Hugo. Von Hugo Spotify, okay. Habt ihr ein bisschen Müll geschickt. Pipo Happy habt ihr dann noch VitaVate geschickt. Du und deine Streams sind Big Bababoo. Mach weiter so. Im Klammern, by the way, ich weiß, dass meine Schrift scheiße ist. Das stimmt. Er hat mir vier Pullen VitaVate geschickt. Ich hoffe, die sind noch zu gewesen. Ist da irgendwo ein Loch drin? Hat er irgendwie reingewichst oder so? Ich vertraue dir mal. Jetzt habe ich vier Pullen VitaVate. Zweimal Pfirsich. Zweimal Apfel. Du weißt sogar, was ich mag. Hier ist ein Fußball. Soll ich zeigen, was ich kann? Ja, Digga. Kein Platz. Oh, das war gewollt. Guck mal. In Schüssel rein. Danke. Eine Among Us. Das ist wohl lustig. Das sind Dosen, die man zukneten kann. Und das ist irgendwie so beruhigend. Hey, na, Bro. Ein Schnuller. Okay. Ein Kartenspiel, was ich nie aufmachen werde. Dankeschön. Und ein Tempo. Danke. Das ist sehr cool. Kommen wir zum nächsten Geschenk. Das Paket hier. Das hat so eine Wölbung. Ich habe Angst, Digga. Einigkeit und Recht und Freiheit. Danach lasst uns alle streben. Digga, der schickt mir scheiß Grundgesetz. Du musst mich verarschen. Du Hohensohn. Der schickt mir zehnmal Grundgesetz, Digga. Das ist alles das Gleiche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölfmal das Grundgesetz. Danke, Bruder. Was soll ich damit? Wenn wir nichts ändern, ändert sich nichts. Ja, das ist ja klar. Lieferschein. Zwölfmal Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Einmal Flyer Schülerwettbewerb zu politischer Bildung. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas krasses drin. So, wir haben das nächste Paket, Jungs. Das ist von Bundeszentrale für politische Bildung. Keine Ahnung, was das ist. Digga, also das ist halt wirklich. Sechsmal Grundgesetz, einmal Flyer Schülerwettbewerb. Danke, Bruder. Jetzt habe ich nicht zwölf Grundgesetze, sondern 18 Grundgesetze. Dankeschön an der Stelle. Noch weiter mit einem Paket, was feucht ist. Da ist ein Zettel drin. Hallo Hugo, ich bin Lian und schaue deine Streams seit keiner Ahnung wann. Ich finde dich mega sympathisch und mach du weiter mit deinem Content King. Habt ihr hier ein bisschen Stuff geschickt? Vielleicht findest du es geil. Vielleicht nicht. Pipo Happy Twitch XX Broody XX. Das soll's by the way du sein. Dankeschön. Ich guck nicht rein. Ich geh einfach so mit Hand. Damit du dich erwachsen fühlen kannst. Was ist das? Zungentattoos. Digga, bekomme ich Krebs, wenn das scheiße? Auf die Zunge legen, kurz andrücken, wegnehmen, fertig. Danke, Bruder. Batman! Wir gucken weiter. Bitte nicht. Mein Hund wollte auch was schenken. Und es ist eingewickelt in so einem Tuch. Dummer Hurensohn, Digga. Digga, ich hab Kotzreiz gehabt bis zum Tode, Digga. Es war kacke, ja. Es war Hundescheiße, die trocken geworden ist. Und hier ist noch was drin. Ein Kinderriegel, irgendein Lolli. Das war's. Kann ich das jetzt noch essen, ohne dass da irgendwie raufgewichst wurde oder sowas? Ich leg's mal wieder zurück. Sorry, aber Digga, wenn man mir Hundescheiße schickt, dann kann ich nicht mehr vertrauen. Kommen wir zum letzten Paket. Und das wird hoffentlich kein Scheißpaket. Es ist auf jeden Fall von der Viewerin. Ich denk nicht, dass sie mir Scheiße geschickt hat oder sowas. Hier ist es. Zü, Junge, was ist hier alles drin? Okay, bitte. Man merkt auf jeden Fall, dass das ein Mädchen war. Die Jungs geben sich nämlich nie mehr für sowas. Digga, schönster Tag unseres Lebens. Pipo Giggles. Holy shit, Digga. Und es ist alles verpackt, glaube ich. Guck mal. Es ist alles so verpackt. Ich mach mal Pipo Giggles auf. Ja, ich schwöre, Digga, wenn das Haarausfall-Ding ist, ne. Es sieht schon aus wie ein Shampoo. Digga. Ja, dankeschön. Ich werd Snowjoke benutzen, ne. Danke, weil ich hab kein Shampoo mehr. Das ist sehr gut. Jetzt brauch ich nicht mehr einkaufen gehen. Was ist das hier? Holz? Brennholz? Dankeschön. Für neue Kamera. Digga, ist das ne SD-Karte? Das wär Gigachat. Oh, ist ein Euro. Geld nehm ich aber immer. Geld ist geil. Hier ist ein Tuch. Oh, Pipo Happy. Das wären wir, wenn du Merch rausbringen würdest. Also mach mal, really. Stimmt das, Jungs? Wollt ihr Merch haben? Okay, ein Bild. Da ist jetzt ein Bild drin. Züüüü, Junge. Guck mal. Das kommt ganz gefährlich, Digga. Dankeschön. Boah, das ist Snowjoke geil, Digga. Mit Leinwand sogar, Junge. Das ist geil. Danke, 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 Digga. Digga, das war ein Viertel vom Paket oder so. Für Schlüssel. Digga, das ist so geil, dass alles verpackt ist. Digga, das könnt ihr gerne öfter machen. Was? Halt's Maul. Junge. Einfach Hugo, Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger. Den Schlüssel kann ich nicht machen, oder? Zack, Digga. Mein Schlüsselanhänger. Junge, das ist so geil. Ich hoffe, das geht nicht kaputt oder so. Danke, 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 danke schön, Digga. Für Schule. Stifte. Dankeschön. Marker oder sowas. Dankeschön. Was ist das hier? Ein Heft. Dankeschön. Für deinen Hund. Mein Hund ist sogar da gerade. Ich guck. Oh. Das ist sehr, sehr, sehr nett gemeint. Vielleicht ist es zu klein für meinen Hund. Und das kann ich ihm da nicht geben. Aber dankeschön. Warte, ich geb sie mal. Sie mag es. Die hat gerade keine Lust, okay? Weiter geht's. Let's go love. Das wäre lustig, wenn da jetzt Kondome drin wären. Wegen Let's go love. Wisst ihr? Love. Halt's Maul. Junge. Das ist einfach Let's go love, Digga. Digga, sorry. Das ist übergeil, bitte. Dankeschön. Eine Schatzrolle oder sowas. Guten Tag, guten Tag, Mr. Ugo. Wir sind zwei aktive Zuschauer von deines Streams und Videos. Und wollten dir daher dieses Paket senden und uns bei dir bedanken, dass du unser Leben besser machst. Bleib so, wie du bist. Und hör nie auf mit YouTube und Twitch, weil sonst werden wir depressiv. Deine einfach Della und Lexara. Also das waren zwei. Hashtag wir gegen den Staat. Hashtag wir entkommen dem Hamsterrad. Und dann so Omega-Lull. Hugo Cheer und let's go love. Digga, das ist so geil. Danke, 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 danke. Für Content steht da. Oh, das ist Lego, glaube ich. Digga, wie geil. So wieder ein MyTube-Lego. Digga, dankeschön. Hab ich irgendwas vergessen? Na, das war alles. Jetzt muss ich kurz, äh, Outro machen. Ey, es gibt kein Outro. Tschüss, Digga.